kensler podcast hallo hallo hier ist thomas schirmacher hallo herr schirmacher wie können wir ihnen helfen ich habe ihnen etwas ganz ganz wichtiges mitzuteilen dann schießen sie doch mal los noch nie hat ein evangelikaler christ einen abtreibungsarzt erschossen es gibt für diese aussage keine belege es handelt sich eindeutig um einen großstadt mythos der sich lang längst sehr verselbstständigt hat einer zieht den anderen keiner sieht dass am anfang der reise zu jerusalem überhaupt kein ereignis steht herzlich willkommen zu ketzer 2 0 dem podcast für gottlose gedanken zum leben heute ist der 28 august 2016 mein name ist matthias krause und ich verbinden verbunden mit christian im schwarzwald hallo christian hallo dem entsetzten ketzer nico aus dem westen des landes hallo und philipp in dresden ja hallo philipp ok ja unsere themen heute ach so ich wollte etwas über ben hurles äh lestern ein film der am kommenden donnerstag in deutschland startet oder auch nicht thomas schirmacher hat bei uns angerufen und behauptet es gäbe keine evangelikalen abtreibungsarzt mörder ein thema zu dem ich ein kleines wenig recherchiert habe wir machen eine buchbesprechung fand 20 84 von bualem sensal das geht wieder auf unseren lesestand man christian aber so wie sich das so anhörte war es dieses mal kein stand sondern so eine art intellektuelles waterboarding für christians christians reich matrosen und pokémon go und die religion wir müssen uns ja auch hier an die jüngere generation wenn wahrscheinlich ich weiß nicht dieses pokémon go ja das waren unsere themen ja thomas schirmacher hatte bei uns angerufen christian du hattest kurz es fällt mir einfach schwer bei schirmacher er hält sich für einen professor er ist auch in diesem professoren forum das glaube ich schon mal erwähnt hatte ich habe das nicht weiter verfolgt weil wie gesagt schirmacher und irgendwas akademisches in einem atemzug zu erwähnen das geht mir schlecht über die lippen aber christian ich glaube du hattest gerade was geguckt vielleicht könntest du was zu ihm sagen wenn du willst sonst erstmal kenne ich ihn natürlich nicht persönlich das möchte mir gleich voranstellen hier und das ich kenne ihn also nur von seiner wgp der seite und da ist er seit 96 rektor des privaten und von ihm gegründeten martin bussa oder buka seminars ich weiß ich gebe ich da nicht aus selbst gegründet ist natürlich nicht gerade das wie man professor wird normalerweise wird man berufen an einer universität aber er hat studiert und promoviert denke ich mal er hat mehrere doktortitel aber das meiste was ich in seinem lebenslauf gesehen habe das war so vom kaliber theologische hochschule brake also nicht jetzt sagen wir unsere richtige unis sondern als die freien unis schirmacher ist evangelikale ist evangelikale aber hier steht noch er hat eine außerordentliche professor an der fakultät für soziologie und psychologie der westuniversität thames war die 2014 bestätigt worden ist sondern eine außerordentliche professor kriegt man wenn man habilitiert ist oder die die fähigkeiten hat für einen professor und man keine kohle kriegt dafür also so ein titel dass schirmacher außerordentlich ist in mancherlei hinsicht das hätte ich jetzt auch das können das kann ich so bestätigen ach so und was vielleicht noch interessant ist das übrigens thames war liegt in rumänien muss man auch dazu sagen also das ist das zentrum der theologie es international hält ich glaube auch sein zentrum ist ja glaube ich in deutschland kapstadt und noch in einem anderen land ich glaube auch diesen wgp der eintrag hat er selbst mitgeschrieben weil hier steht weiter later als professor beziehungsweise gastdozent das wird eigentlich der gastdozent ist was ganz anderes als ein professor an theologischen ausbildungsstellen im in und ausland etwa systematische theologie in der freien theologischen hochschule in gießen also da war dann bestimmt gastdozent lehrter als professor also das und wie gesagt überall wo wo freie theologische hochschule steht das heißt das ist nicht im staatlichen system und das heißt warum machen die das die haben halt diese evangelikalen inhalte aber wir wollen noch jemanden nach seinen titeln beurteilen wir wollen ihn nach dem inhalt beurteilen genau richtig danke dass du das sagst christian ach so jetzt hier der letzte punkt noch er ist verheiratet mit der islam wissenschaftlich schaftlerin christiane schirrmacher und ich assoziiere die immer mit so meldungen bei idea also evangelikalen nachrichtenmagazin da müsste ich noch mal gucken ich würde hier keine neutrale und voreingenommene islam wissenschaft vermuten aus der richtung aber wir wollen auch niemanden urteilen nach seiner familie was die familie macht sondern nach seinen argumenten ja danke dazu komme ich jetzt also was habe ich hier für eigenartige vorbereitung gemacht also ich habe natürlich so viel recherchiert dass ich es nicht mehr richtig in strukturieren konnte aber egal vor ein paar tagen berichtete idea dass der evangelikale lobby ist wie gesagt es fällt mir schwer schirrmacher mit irgendwelchen akademischen sachen zusammenzubringen und publizist wäre zu wenig deswegen habe ich mich für die bezeichnung lobby ist entschieden wie wir auch gleich sehen wir nur apologist könnte man auch sagen aber es auch schon wieder zu wenig also schirrmacher hat sich zu der behauptung verstiegen noch nie habe ein evangelikaler ein abtreibungsarzt umgebracht und anders war folgendes statement angebliches statement von bodo ramelow er ist ja bodo ramelow ist der ministerpräsident thüringens ein linker aber auch nur nur der partei nach ja also ich habe das ich habe das zitat das kommt gleich das war ende märz am 31 märz bei einer maibrid illner talkrunde zum thema terrorismus was tun gegen islamistische gewalt also da war ramelow schirmacher war da glaube ich nicht und damals also am 1 april war also am tag praktisch nach der sendung berichteten idea und cut net ende märz hatte ramelow in der zdf talkshow maibrid illner zum thema terrorismus was tun gegen islamistische gewalt auf die frage ob es in seinen augen friedliche und weniger friedliche religionen gibt geantwortet dass der israelische ministerpräsident yitzhak rabin 1995 von einem ultra orthodoxen fanatisierten juden umgebracht worden ist in den usa gebe es selbsternannte evangelikale die der meinung sind sie könnten abtreibungsgegner oder abtreibungskliniken überfallen und menschen umbringen erschießen die sich für abtreibung einsetzen ramelow erinnerte ferner an den jahrzehntelangen konflikt zwischen katholiken und protestanten in nordirland deswegen sagte er der fanatismus ist das problem ja jetzt dachte ich schon gut so bodo daumen rauf aber ich habe dann gerade vorhin mal das komplette zitat mir rausgesucht bei youtube und ich spiele es mal für euch ab sind anderthalb minuten und es lohnt sich leider bis zum ende zu hören so und nun haben wir trotzdem vorher auch in der religion begründet sein kann sie sind ein bekennender christ gibt es in ihren augen friedlichere und weniger friedliche darf ich daran erinnern dass der in in israel der für den frieden eingetreten ist rabin von einem ultra orthodoxen fanatisierten juden umgebracht worden ist von keinem moslem und wenn man dann weiß dass es auf der ganzen welt permanent morde gibt von denen also in amerika gibt es selbst ernannte evangelikale die der meinung sind sie könnten abtreibungsgegner oder abtreibungskliniken überfallen und menschen umbringen erschießen die sich für abtreibung einsetzen also darf ich an nordirland erinnern das ist nicht lange her das ist vor unserer tür gewesen und deswegen sage ich der fanatismus ist das problem also wenn religion und da sind wir einer meinung zuerst mal sollten wir die hausordnung für uns alle begreifen das grundgesetz ist unser fundament menschen würde ist unantastbar und das gilt für jeden und für mich gilt der satz sind ein religion darf nie teil des problems sein religion darf immer nur teil der lösung sein und wenn es nur zum problem führt dann ist es nicht mehr religion also dann hat es auch mit dem bezug auf gott einen friedlichen gott nicht zu tun ein gott der jemanden aufruft einen anderen menschen umzubringen ein solcher gott ist kein friedlicher gott und ich glaube kaum dass der in unseren religionen in abrahamitischen religionen gemeint kein applaus für bodo da gilt auch wieder der satz hättest du geschwiegen hätte man dich für einen philosophen gehalten also hast du mal in die bibel geguckt du pfeife oh man also der gott der bibel ruft wir hatten doch beim letzten mal den barkers buch und beim vorletzten mal den barkers buch gott die unangenehmste gestalt der weltgeschichte besprochen und vielleicht sollte man bodo oder so das buch mal schicken das wäre vielleicht eine gute maßnahme ja soviel dazu was was du sagtest dem philipp bodo ramelow dem dem parteibuch nach linker oder oder was hattest du gesagt ja nein ja linke aber nur der partei nach das ist jetzt wieder scherzhaft das ist genau auch dieses dieses wahre schotten argument sozusagen wo wir sagen ein wahrer linker oder wo man jetzt spaßeshalber sagen können ein wahrer linker ist nicht kirchenmitglied aber wir müssen natürlich wir müssen natürlich die tatsache akzeptieren dass bodo ramelow ein politiker der linken ist und er ist sogar ministerpräsident deswegen können wir nicht sagen das ist kein wahrer linker oder so das das würde irgendwie keinen sinn machen oder seid ihr da besser informiert tja ist halt eben nicht besonders direkt definierbar was nun ein linker ist oh aha du meinst es gibt ja keine das ist mehr so eine so eine so eine schirmdefinition meinst du aha gut also machen wir weiter hier also in dem bericht kam natürlich schon erst die ersten klagen und da muss ich also wirklich sagen ich weiß nicht genau wie der spruch auf deutsch hast getroffene hunde bellen oder so ja gibt gibt es so einen spruch also ich kenne genau das ist hier der fall und ähm äh friend of the show sozusagen martin lohmann ich weiß nicht ob er noch noch da ceo bei bei ktv ist und ähm was macht martin lohmann äh hier steht ja hier der vorsitzende des bundesverbandes lebensrecht martin lohmann also das ist ein cdu-politiker und glaube ich auch das ist ein katholischen arbeitsgras in der cdu ne der ist da ja ausgetreten weil der dem zu weich geworden ist okay also hier schon ein thema das mich bei dieser schirrmacher recherche die ganze zeit konfrontiert hat ich hatte mich ja vorher mit diesem is magazin befasst das wir heute nicht besprechen wollen auch jetzt nicht wo ich es anspreche aber der witz war dass diese is leute praktisch andere als zu lasch einstufen ne also beispielsweise pierr vogel der übrigens auch der bestaussehendste äh moslem in allen is magazin waren die ich da gesehen habe was glaube ich schon vielsagend ist pierr vogel wird als zu lasch äh wird kritisiert vom vom is ne also muss man hier wirklich mal sagen weil normalerweise hört man immer so oh pierr vogel der der führt dem is noch die leute zu also wenn das jetzt keine geschickte propaganda vom is ist um pierr vogel zu schützen dann äh kritisieren die den und genauso ist das auch bei diesen bei diesen abtreibungsgegnern die dann äh organisationen die man normal schon wirklich als am äußerst konservativen rand betrachtet diese militanten abtreibungsgegner die kritisieren an denen auch noch rum und ähm in diesem dann musste ich gerade denken als philipp erwähnte dass martin lohmann aus dem katholischen arbeitskreis der cdu ausgetreten ist weil ihm der zu lasch war also nachdem was philipp jetzt sagt ich weiß nicht wie lohmann das tatsächlich begründet hat konnten die höheren und höher dann ja recherchieren also was sagte lohmann er nannte es gegenüber idea perfide wenn ausgerechnet ein linker dessen linksextreme partei doch offenbar in der unmittelbaren nachfolge von demokratie und menschenrechtshassenden diktatoren steht versucht den für jedermann erkennbaren massenhaften und systematischen missbrauch einer religion also er meint offenbar den isam mit einzelnen tätern zu vergleichen die einer anderen religion angehören und da kann ich nur sagen fuck you martin lohmann weißt du wer in der unmittelbaren nachfolge von demokratie und menschenrechtsfeinden steht der papst oder sehe ich sehe ich das irgendwie falsch also wenn irgendjemand im glashaus sitzt hier der der partei die linke was vorzuwerfen dann dann sind es katholiken und insbesondere so konservative leute wie lohmann und lehmann hat natürlich auch gar kein argument der argument hat ja nicht von der sache sondern er er fühlt sich offenbar irgendwie wie angesprochen und hier das ist wohl auch lohmann hier zuzuschreiben er sagt wer töte handele niemals an namen gottes das ist doch genau das gleiche was ramelow gesagt hat ramelow wurde gefragt wie sieht das aus mit der mit der religion und ramelow sagte letztlich das problem ist nicht die religion sondern der fanatismus und wer tötet ich weiß jetzt nicht mehr genau wie er sich ausgewirkt hat aber wer wer töte handele niemals im namen gottes ist doch genau das was was ramelow fälschlicherweise gesagt hat und lohmann meint trotzdem er muss ihn er muss ihn kritisieren und woran sich hier lohmann und auch schirrmacher wurde sofort aufspringen wurde sich wirklich wie so getretene hunde verhalten ist sobald jemand darauf hinweist dass diese gewalt also die diese auch mörder bei bei den abtreibungsgegnern in den usa dass die nach normalem verständnis würde ich sagen so einen evangelikalen oder konservativ christlichen oder sagen wir fundamentalistisch christlichen hintergrund haben und was die nicht einsehen und deswegen ist schirrmacher auch für mich als als professor völlig unten durch ist dass wenn man wenn man sagt die die sowas machen also abtreibungsärzte erschießen oder bedrohen oder abtreibungskliniken mit mit bomben zu zu attackieren dass die so einen hintergrund haben dass das nicht bedeutet dass man alle in einen topf wirft und daran ziehen die sich immer auf also dieses dieses ganze gutachten von schirrmacher wo ich wo ich gleich darauf eingehen werde das ist eine verteidigung gegenüber ein vorwurf der offenbar gar nicht gemacht wird also schulmacher ist auch so bescheuert der bringt immer sagen wir zu sagen wir drei punkte die er entgegnen will dann bringt da gerne argumente die zwar den einen punkt um den es ihm gerade geht sozusagen entkräften aber dafür die andere kritik an ihm wieder bestärkt das scheint er irgendwie nicht zu merken also hier das ist wohl wieder lohmann hier in diesem zusammenhang lebensschützer pauschal zu verunglimpfen grenze an mentale verblendung oder sei ausdruck einer hasserfüllten angst vor dem lebensrecht eines jenes menschen das ist crazy er hat ja nicht mehr lebensschützer gesagt der ramelow nein nein und er hat er hat nur gesagt dass wir noch mal das ist so wie wie auch ja anerkanntermaßen gesagt wird dass weil diejenigen die in letzter zeit selbstmordattentate verübt haben muslime sind dass das nicht bedeutet dass alle muslime schießwütige extremisten sind so wie schirrmacher es der süddeutschen vorwirft also ich habe ja auf seinem blog leider geguckt schirrmacher schreibt auf seinem blog of english the german newspaper süddeutsche zeitung has declared that evangelicals are trigger happy murderers also schumacher gibt in die englischsprachige welt kund die zeitung die süddeutsche zeitung habe erklärt evangelikale seien schießwütige mörder was hatte jetzt die sz geschrieben es ging um diesen orlando anschlag wo ein is mensch so ein schwulen disco da so ein massaker verübt hatte und in artikel war jetzt ein absatz der is hat die tat jetzt für sich vereinnahmt ich glaube das ist geschrieben worden kurz nach der tat da war ja noch nicht so ganz klar wer dahinter steckt also in dem artikel hieß es der is hat die tat jetzt für sich vereinnahmt aber das produziert womöglich ein falsches bild als wäre martin also der täter von is schergen ausgebildet und auf diesen terrorakt vorbereitet worden vielleicht aber war es nur die einsame tat eines hochgradig gestörten homophoben mannes der sich in seinem irrsinn auf den is beruft für diese tat hätte er auch genauso gut ein evangelikaler christ gewesen sein können und ich kann nachvollziehen wenn man diesen absatz für unangebracht hält weil es hier vielleicht keinen echten grund gibt evangelikale christen in zusammenhang mit attentaten auf schwule zu bringen ich habe versucht rauszukriegen ob es das gibt aber es gibt so viel gewalt gegen homosexuelle dass da das untergeht oder ich das nicht so schnell rausfinden konnte ob die jetzt sagen ich habe das gemacht weil ich christ bin das ist bitter nein ich habe ich habe das nicht gefunden nur jetzt der punkt ich kann nachvollziehen wenn man sagt okay die formulierung ist leicht ein bisschen kommt ein bisschen schlecht an nur schirmacher hängt sich an dieser formulierung auf übertreibt es aber selber viel viel stärker denn man kann doch hieraus beim besten willen nicht machen die süddeutsche würde erklären evangelikale seine schießwürdige mörder schirmacher sieht hier den balken im eigenen auge nicht und 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 kritisiert den splitter im auge des anderen vor allem schlecht formuliert oder nicht rein logisch kann prinzipiell jeder aus homophoben gründen schwule erschießen also gut sagen wir mal diese seite wie hieß die kreuznet die dann irgendwann zu machen mussten nachdem sie geschrieben hatten dirk bach der der komedien der schmort jetzt in der homo hölle ja die haben noch mehr geschrieben also das ja das waren zwar katholiken aber in der hinsicht sind ja evangelikale also hat hat kore evangelikale und und hardcore katholiken sehr einig da sehe ich keinen keinen unterschied das war das war der punkt zu dieser betroffenheit die die formulierung gar nicht gar nicht hergeben wo man merkt dass diese menschen hier lohmann schirmacher und hier ist noch einer vom kaleb kooperative aktion leben ehrfürchtig bewahren oder so also die wollten wahrscheinlich diesen namen haben das ist ein biblischer name kaleb der sagte auch der geschäftsführer dieser lebensrechtsvereinigung kaleb gerhard steier bezeichnet die aussagen ramelovs als unfair ihn störe dass verschiedene themen ineinander gerührt würden bla 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 es habe einige wenige vorfälle in den usa gegeben deren einzelumstände man aber genau untersuchen müsste sie gegen uns in stellung zu bringen ist unfair diese menschen handeln ganz sicher nicht in unserem namen und etwas später er frage sich was ramelov mit einer solchen aussage bezwecke will er den glauben für alles verantwortlich machen das müsste differenzierter betrachtet werden du arsch du bist doch viel und differenzierter als ramelov sagte doch gerade das problem ist nicht die religion sondern der fanatismus und er sagt selber dass nach seinem komischen glaubensverständnis gott gar nicht zu sowas auffordern kann und trotzdem wird hier das ist genau das was ich vorhin sagte das ist dieser dieser extremer rand der so extrem ist dass selbst jemand wie ramelov der die die religion ja im grunde verteidigt wenn auch meines erachtens zu unrecht dass selbst die noch kritisiert werden dafür für sachen die die gar nicht gesagt haben sondern die diese an leute am extremen rand da heraus fantasieren es vor allen dingen oder oder bin ich der einzige der das so sieht es wundert mich vor allen dingen weil sowas wenn die dazu geschwiegen hätten da hätte doch keinen hahn mehr danach gekriegt je mehr sie sich melden desto eher werden sie doch von von der gesellschaft abgestoßen mit solchen aussagen vor allem in der sendung war noch ein pfarrer das habe ich mir jetzt hier nicht notiert aber ich habe das dann irgendwo gesehen ein pfarrer der noch gesagt hat religion ist das problem und die muss sich der vernunft unterordnen also gut dass der pfarrer war jetzt aber vielleicht kein politiker der linke ich glaube da reagiert diese art von von konservativen reagiert dann auch immer auf das parteibuch sozusagen wenn pfarrer das sagt religion ist das problem aber der hat sich eigentlich noch kritischer geäußert ich wie gesagt ich habe das nicht die sendung nicht komplett gesehen ich habe nur nur wie wir das immer so machen dr blumen nur gezielt nach diesem zitat gesucht dass ich dann bei diesem youtube-funktion des ramelow gesehen habe da habe ich zugeschlagen aber irgendwo ein bericht das sind halt immer diese berichte über diese sendung da stand also der pfarrer hätte was in der richtung gesagt religion ist das problem oder religion ist problematisch und das muss sich als der vernunft unterordnen das ist etwas was schulmacher und loman offenbar ungern machen sich der vernunft unterzuordnen so und jetzt jetzt beginnt das das crazy tun und mit crazy meine ich jetzt nicht diese diese leute die abtragungsärzte erschossen haben wenn man sich anschaut was die schreiben oder sagen ist das relativ vernünftig verglichen mit dem was schulmacher schreibt also schulmacher ist natürlich jetzt nicht pro gewalt aber von der craziness ist schulmacher schwachsinniger als diese diese killer werde ich gleich noch zeigen oder argumentieren kann ja nicht selber entscheiden ob er das so sieht ist ein harter vorwurf also diese ganze argumentation von schulmacher ist immer so dass er sich alles so auswählt wie er es gerade braucht er sagt beispielsweise und und es ist so offensichtlicher schwachsinn dass es gar nicht wert ist den scheiß durchzulesen also ich sage ja häufig dass so eine fiese taktik immer das so darzustellen leute ihr braucht das gar nicht zu lesen aber liest es leute ihr euch bleibt die kinnlade unten was für ein scheiß der schreibt also er schreibt hier schulmacher in einer stellungnahme ich glaube das ist die die er hat so eine art etwas was er für ein gutachten hält mit glaube sieben quellen also es sind keine richtigen zitate weil er keine zitate bringt darauf gehe ich gleich noch ein also er hält das für ein gutachten und das hat er dann mal aktualisiert ich glaube nee das hat er jetzt noch mal kommentiert im letzten oktober oder was gab es doch wieder so einen attentat also schulmacher schulmacher sagt ja noch nie hätte ein evangelikaler einen abtreibungsarzt erschossen und der letzte vorfall in dieser richtung war ja ende letzten jahres als einer ich glaube drei leute erschossen hat in einem einkaufszentrum mit einer abtreibungsklinik aber die opfer waren jetzt alle keine aus der abtreibungsklinik es gibt es gibt auch ältere fälle und 2010 ja warte also das noch kurz hier zu machen das heißt schulmacher wie armselig dessen argumentation es zeigt sich schon darin dass er so eng eingrenzen muss dass jetzt ein mordversuch oder beispielsweise ein attentat auf einen der nachher wirklich erschossen wurde wo sie am anfang nur mal auf beide arme geschossen haben oder wie hier wo drei unbeteiligte erschossen werden dass das fällt dann alles bei schulmacher raus denn da sind ja keine abtreibungsärzte erschossen worden sondern nur wachleute oder so ja aber um das zu ergänzen 2010 wurde ein jemand verurteilt vor gericht das war scott röder der wurde verurteilt dass er den abtreibungsarzt ich meine allein das sport mag ich nicht aber wahrscheinlich gynäkologe george tiller in einer kirche erschossen hat während des gottesdienstes und er wurde verhaftet und als grund also hat vor gericht keine reue gezeigt und hat als grund angegeben also hat dem hat dem gericht gesagt dass er es aus religiös aus seinem religiösen glaube hat ihn überzeugt dass was er getan hat nämlich den arzt zu erschießen richtig war und er vorher noch überlegt hätte ob es nicht ob er nicht vielleicht mit einem schwert die hände des arztes abhacken sollte aber dann letztendlich dann zum zum mord übergegangen ist also es hat sich erschlossen ihn umzubringen also bewusst absichtlich in einer kirche jemand umgebracht haben aus religiösen gründen und er fühlte keine keine gewissensbisse also no regret es hat das mit überzeugung aus religiösen gründen gemacht und er bereue nichts das ist ein fall wo jetzt quasi jemand ich finde es ja immer schlimm wenn man nach einem attentat erstmal die erste frage ist nicht wie geht es den opfern was es passiert und so weiter erste frage ist war das ein islamistischer ein evangelikale oder was ist das ich für ein attentat oder einfach nur verrückter oder war das ein atheistischer täter nein die erste frage ist mal das ist die erste frage anstatt anstatt sich erst mal darum zu kümmern aber hier und und dann dann fängt das an und die puzzeln dann das leben und jeder versucht so eine geschichte zu machen aber wenn die tot sind kann man das nicht richtig rausfinden es sei denn die haben es wirklich eindeutig geäußert und angekündigt mit videos etc aber hier in dem fall haben sie ihn gefragt vor gericht er hat es gesagt und er steht immer noch zu der tat es ist also wirklich glasklar klarer geht es nicht abtreibungsarzt von jemand umgebracht aus religiösen gründen was braucht es denn noch das kann das kann ich dir sagen war denn der täter evangelikaler genau denn woran woran sich schulmacher stört ist ja auch dass das ramelow gesagt hat selbsternannter evangelikaler was aus meiner sicht ist noch mal harmloser macht weil die formulierung ist zwar eigentlich komisch aber weil ramelow damit noch mal deutlich macht dass es sozusagen nicht offiziell gut geheißen wird von evangelikalen organisationen und das jetzt hier gleich als spoiler vorweg also schulmacher ist jemand der mormonen auch für nicht christlich hält da können die sich wie heißen sich die heiligen von jesus christus der der letzten tage oder sowas da können die jesus im namen haben so viel sie wollen schulmacher meint die seien nicht christlich aus dieser sicht also das heißt evangelikale werden nicht selbst ernannt sondern die werden von thomas schulmacher ernannt schulmacher sagt was ein wahrer evangelikaler ist und was nicht und als theologe der sich auch mit sowas befasst sagt er jetzt als theologe oh ja also für mich zählt das jetzt nicht mehr zu den evangelikalen sondern es gibt ja dann diese ganz abgefahren und richten richtung so christian identity und so so auch rassistische sachen und so weiter versucht er das mal so abzuladen sozusagen also wenn man ihm irgendwie zugute halten will dass seine argumentation irgendeinen sinn haben würde dann könnte man sagen dass für einen spezialisten du kannst ja immer religiöse glaubensgruppen kannst du ja immer noch weiter zerästeln weil die ja nie das ist ja nicht wie in den naturwissenschaften dass dass sich alle einig sind und sagen so das sind die das sind die fakten das ist die theorie die das am besten erklärt jetzt nicht sondern das zerbröselt sich ja immer weiter bei bei religiösen und dann kannst du natürlich immer sagen okay aber der punkt ist kann ich vielleicht nachher auch was zu sagen evangelikale das ist so ein oberbegriff und da gibt es das ist auch nicht so wie sagen wir du bist jetzt mitglied in ein verein oder du bist ein franchisenehmer von mcdonald's und dann bist du halt mcdonald's und wenn du kein franchisenehmer bist dann bist du es nicht sondern das ist halt im religiösen bereich so du hast so bestimmte vorstellungen was ein evangelikalen ausmacht und interessanterweise also schirrmacher ist ja so eine art apologet für evangelikale und er ärgert sich auch über ein buch vielleicht habt ihr davon gehört missionen gottesreich das ist glaube ich von zwei rundfunkjournalisten dass also so extreme randgruppen also das ist ja glaube ich wirklich so wo dann welche nur noch in so einem gehöft oder sowas also so kleine gruppen wo sie dann so ein guru haben dass das kritisieren die kann man ja auch zurecht kritisieren finde ich nur dann fühlt schirrmacher wieder dass alle evangelikalen jetzt so dargestellt würden was vermutlich nicht der fall ist habe das buch nicht gelesen und in diesem zusammenhang hat er dann auch wieder so ein artikel zugeschrieben sagt er also ich bin zwar kein pfingstler und ich bin auch kein kreationist bla 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 aber so warum soll ich mich überhaupt dazu äußern als evangelikaler schwingt er zumindest so mit und dann sagt er ja ich glaube auch an das wiederkommen an die wiederkunft christi und ich bin auch gegen die abtreibung also das was er in anderem zusammenhang mit evangelikal für sich in verbindung bringt sind zwei punkte einmal die wiederkunft christi und dann dass er gegen abtreibung ist und da sagt er nicht dass dazu auch noch gehört dass man gegen das ermorden von abtreibungsmördern ist und hier was was schirrmacher für eine intellektuelle qualle ist also habe überlegt kein kein intellektuelles rückgrat was für eine metapher könnte man dafür benutzen da kam mir die qualle in den sinn ist dass er quasi es ja ist ja eigentlich tentakel oder was ja er ist er ist ja eigentlich großzügig also er sagt und das ist auch wieder so widersprüchlich für mich oder ist nicht konsistent er ist eigentlich sehr großzügig was was unter diesen schirmen evangelikale fällt wo er ganz klar sagt ich teile diese auffassung nicht also diese pfingstkirchen da oder was wir reden in zungen vielleicht gut also könnte man sich jetzt auch bei seinem geschreibten fragen ob das nicht so eine art zungenschreiben ist aber er sagt also er steht da nicht so drauf oder diese 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 gesellschaft wort und wissen ist ja auch uns bekannt das sind so kreationisten aber die würden ja jetzt immerhin nur so eine die werden nicht total gegen evolutionen sondern die würden halt sagen es gibt eine mikro evolution aber keine makro evolution da muss ich sagen nur sagen schirrmacher da bist du echt intellektuell rückgratlos denn fakten sind dinge da da kann man keine meinungen zu haben und evolution ist ein fakt und da muss man dann irgendwann auch mal sagen diese meinung ist nicht aufrecht zu erhalten das ist ja nicht so wie welche pizza schmeckt leckerer oder welcher anzug sieht besser aus sondern und und wenn man wenn man hier objektiv falsche oder komplett unsinnige das ist ja auch gut für die ist es ja wieder theologisch aber wissenschaftliche wissenschaftlichen unsinn nicht verurteilt dann ist man eben schon sehr sehr stark an diesem total schwachmatischen rand und und achso diese wort und wissen die bezeichnet er als hart hatliner das wären quasi evangelikale hardliner oder in der hinsicht hardliner also da bezeichnet kreationisten sind für ihn evangelikale hardliner wenn man jetzt diese abtreibungs gegner schafft noch weiter hoch auftritt sozusagen dann ist man aber kein evangelikaler hardliner mehr soll es natürlich gar kein evangelikaler mehr laut schirrmacher und das das passt irgendwie nicht ich hatte da noch mal geguckt jetzt schirrmachers ideen kann man sich ja offensichtlich nicht darauf verlassen habe ich noch mal geguckt was was macht eigentlich so ein evangelikalen aus und da gibt es ja in usa auch eine evangelikale meinungsforschungsinstitut bana group und da habe ich mich daran erinnert die haben so die 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 fragen nicht oder die fragen vielleicht halten sie sich für evangelikal aber die stufen jemanden als evangelikal ein wenn man neun punkte erfüllt die punkte sind du musst so wiedergeborener christ sein also du musst so nicht kindstaufe sondern muss irgendwann dich entscheiden jesus als seinen herrn anzunehmen also diese geschichten das ist in usa ja stark verbreitet dann musst du glauben dass jesus also irgendwas mit jesus für die sünden gestorben wo ich jetzt gedacht hätte ob da hätte ich gedacht das gilt eigentlich für alle christen und dann ich glaube du musst an den teufel glauben also ziemlich krasse also entweder sachen wo wir sagen würden das ist egal oder aber die zeigen es gibt kriterien für evangelikale und die sind von leuten die auch selber evangelikal sind also ich habe ja gesagt diese bana die sind super stramm evangelikal aber dass man keine abtreibungsärzte umbringt ist nicht teil dieser kriterien und schirmacher kann sich halt nicht aussuchen was 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 jetzt ein wahrer schotte ist oder nicht sondern da gibt es halt kriterien für und evangelikal bist du halt wenn du halt diese diese sachen erfüllst und und schirmacher hat da wirklich abgefeimte und miese tricks um hier verwirrung zu stiften also insbesondere mal kurz einzuhacken also westboro baptist church wäre in dem sinne evangelikal und denn die halten sich wirklich an an jedes versuchen sich zumindest wirklich an jedes pünktchen in dem neuen testament zu halten und die erschienen bei der beerdigung von diesem herrn tiller den den der arzt der umgebracht worden ist erschien 17 mitglieder und haben dann schilder hochgehalten wie gott hat den schützen gesandt abtreibung ist blutiger mord und baby killer in hell ja das machen die ja bei jedem das machen die die kommen nicht die ressourcen uns bei jedem zu machen aber die standen also absolut hinter diesem mörder und fanden diese tat gut und das müsste herr schirmacher ja auch mal sehen dass es eine evangelik ein teil der evangelikalen bewegung gibt die eben absolut hinter solchen morden steht und das ist auch wieder ein grundsätzlicher kritik also a schirmacher geht auf vermeintliche vorwürfe ein die gar keine vorwürfe sind die fakten startieren wenn der offensichtliche beweggrund von diesen abteilungsärzten ist dass sie religiös sind dann ist das halt nicht weg zu diskutieren und das ist ja auch der grund warum das angesprochen wird in seinem bekloppten gutachten das eigentlich schlecht achten heißen müsste sagt er so ja also es gibt natürlich 100 120 millionen evangelikale in den usa da sind natürlich auch mal ein paar verbrecher drunter aber das ist ja jetzt nicht so sag mal wenn der angenommen der papst würde den ekdv sitzenden bedford strom überfahren mit seinem fiat panda aber das wäre jetzt ein versehen dann würden wir nicht sagen der papst ist anti evangelisch weil er diesen typ weil er bedford strom überfahren hat mit seinem panda weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat aber wenn das erklärte motiv der täter eine religiöse und auch irgendwie nachvollziehbare religiöse kraft ist und sich das wieder und wieder und wieder und wieder zeigt ich habe ja jeden fall den den schwirrmacher hier irgendwo aufführt habe ich habe ich überprüft wo schwirrmacher sagt ja das war ein rassist oder so ja das war aber ein christlicher rassist also ein christlich motivierter rassist oder biblisch motivierter rassist und so weiter schirrmacher bestreitet ein ein muster das offensichtlich da ist und er bestreitet also er erkennt teilweise die fakten gar nicht einmal sagt er beispielsweise da da wäre einer erschossen worden vom scharfschützen durchs fenster und man wüsste gar nicht wer der täter ist aber das ist bekannt wer der täter ist er ist auch verurteilt und natürlich war der religiös motiviert und abtreibungsfeindlich da weiß schirrmacher gar nicht wovon er redet und dann sagt er es gibt keine belege habe ich doch vorhin gesagt in meinem zitat es gäbe keine belege das wäre so eine urbane legende oder so ein großstadt mythos sagt er aber schirrmacher der so tut als hätte er das thema recherchiert da bin ich mit 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 komme ich gleich noch zu also ruckzuck finde findest du die ich meine das ist auch wieder dieses verlogene kriterium von von schirrmacher schirrmacher geht da irgendwelche statistiken durch und der statistik kannst du jetzt natürlich nicht für jeden täter die motivation jetzt ausführlich herleiten wenn man das tipp für die höheren und hörer lesetipp wenn ihr über die informationen informieren wird da gibt es ja die webseite der terrororganisation army of god punkt com und die haben natürlich diese schreiben also sie schreiben dann im gefängnis wenn sie verurteilt sind haben sie viel zeit zu schreiben dann schreiben die auch ihre motivation auf die wollen ja dann auch nachahmungstäter produzieren ich gehe jetzt mal an bei unseren hörern wenn da nicht so viele kandidaten dabei sein und diese motivation kannst du halt auf der webseite von army of god nachlesen das ist das ist keine schwierige recherche aber schirrmacher will diese sachen nicht sehen deswegen beruft er sich auf polizeiberichte oder so die ja auch zu recht so wie man sagt du musst ja jetzt nicht bei jedem diebstahl noch sagen wir die nationalität oder hautfarbe des täters dabei schreiben und das ist eigentlich fair dass die dass die polizei oder selbst diese abtreibungsorganisation jetzt nicht da groß ausbreiten welche motive der hatte aber wenn ich behaupte dass diese täter alle gar nicht evangelikal waren dann muss ich doch recherchieren was die als als beweggründe angegeben haben und das macht er offensichtlich nicht und warum nicht weil er genau weiß dass dass da ständig immer immer religiösen christentum bei bei rauskommt so vielleicht noch zudem also wie kommt schirrmacher zu seinem bekloppten ergebnis schirrmacher meint mormonen sind keine christen und genauso hält er auch diese ganz extremen christlichen gruppierungen christian identity oder diese abtreibung sachen für für nicht evangelikal also er kann nicht abstreiten dass die christlich sind aber er sagt halt die sind eigentlich evangelikal und meine wenn er christlich ist doch genauso peinlich also jedenfalls ich kann es nicht besser erklären kann ich mal kurz eine frage stellen natürlich hat der schirrmacher denn mal eine liste von kriterien wer nach seiner meinung nach evangelikal ist nein das ist ja das ist ja auch wieder so ein punkt weshalb er auch nicht wissenschaftlich arbeiten da kann er seine vier doktortitel haben und sich als professor betiteln wie gesagt er hat keine er hat keine belege was ja hier nun mal hilfreich gewesen wäre da werde ich habe ich hier in meinem dokument viel mehr belege als er in seinem scheiß gutachten und er definiert nicht was er mit evangelikal meint er behauptet im prinzip einfach nur und man kann das man kann das auch mit klaren kriterien käme man hier nicht so weiter so worauf ich hier noch eingehen will ist grundsätzlich diese motivation ich habe ja gesagt diese täter liebe zuhörerinnen und zuhörer wir haben diesen podcast wieder in mehrere segmente aufgeteilt schaltet deshalb auch beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt cat 2 zu 0 gottlose gedanken zum leben ein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020